Es werde unfassbar eindimensional berichtet. Diese Reflektion findet statt. Und das war auch kein Zitat, sondern das hat man machen würden. Was? Doch, da wird das Thema angesprochen. Vielleicht ist es eine gute Idee, wie dieser oder jene Autor vorgeflektieren. Ich könnte als Journalistin wahrscheinlich das Herausbilden von Standards, was journalistischer Ethos ist, nicht stattfindet. Es gibt sicher ein öffentliches Gefühl, dass wir das nicht erfüllen immer. So, und als bräuchte es Sie beide, mit Verlaub, um uns dessen bewusst zu machen. Geben Sie es mal zu, das ist das, was Sie ärgert. Dass jemand von außen wie so ein Consultant in eine Firma kommt und sagt, na, der und der Prozess, wenn wir um Völlig kenntnisfrei sich dafür holen. Völlig kenntnisfrei, weil ich kann nie in einer Aktion arbeiten. Sie sind Experten, okay, Sie sind ja auch nichts drin. Also dann sind Sie jetzt doch Kenner, dann halten wir das fest. Nein, wir argumentieren. Nein, aber das müssen Sie nicht abkönnen, dass jemand... ...